die neue woche hat gut angefangen zumindest mal beim dax also nicht nur beim dax aber bei dem fangen wir jetzt mal an das sieht schon mal nicht schlecht aus ihr seht das hier beim index ein kleines gap nach oben danach ging es weiter hoch jetzt kommt er ein bisschen runter aber wer will es ihm verdenken nach diesem anstieg aber so eine kleinigkeit sollten wir trotzdem noch im auge behalten denn das was wir hier sehen war ja eine bewegung die mit dem deutlichen rücksetzer ausgeprägt war ich gehe mal hier im vier stunden chart das war das tief was wir hatten das war gleiche höhe in etwa wie das was wir im märz ja hatten etwas tiefer anschließend stark nach oben danach drei wellig runter und das ist ja eigentlich eine gegentrend bewegung und dementsprechend müsste es anschließend nach oben gehen die länge ist allerdings nicht ganz uninteressant die länge ist nämlich mindestens das ist zumindest mal typischerweise mindestens das kann ja länger sein das ist überhaupt nicht zu verdenken aber mindestens mal sollte man im auge behalten die gleiche länge was wir vorne haben da hinten nochmal und ihr erahnt es schon ich kann es auch noch mal anders zeichnen wir haben einen deckel der ungefähr ja eigentlich passend erreicht wurde nämlich bei 13.062 hier beim index und das ist ein klassiker dass der kurs irgendwie so läuft einige sagen du mit einer komischen zeichnung immer da macht man trendkanal dann sieht das so aus jawohl die argumentation ist vielleicht immer ein bisschen anders es kommt aber mehr oder weniger immerhin so in die gleiche richtung nämlich dass an der stelle einige marktteilnehmer die sehr bärisch sind sehr sehr pessimistisch sind sagen ja siehst du guck mal aufwärts trendkanal wackelig einfach nur so und eigentlich geht jetzt die bärische richtung weiter damit muss man rechnen dieser teil der marktteilnehmer die werden ab jetzt sagen siehste wir haben das was wir maximal erreichen können erreicht und ab jetzt geht es einfach nur noch nach unten die bullen im markt werden natürlich sagen nee rüdiger sagt ja auch immer das ist mindestmarke das geht ja noch weiter dieser kampf zwischen den pessimisten und den optimisten wenn man so will der wird in diesem bereich gekämpft das sind die zonen die wir immer wieder ansprechen die nicht magisch sind oder nicht im sinne von da ist eine linie da kann der kurs nicht durch das ist natürlich quatsch aber das ist die der bereich an denen also diese zonen die ich da einzeichne an denen der kampf zwischen den bullen und den bären besonders stark stattfindet hier haben im zweifelsfall die bären aufgegeben und gesagt naja lass ihn halt seine abc korrektur dieses typische dreiwellige gegenmuster haben und anschließend gehen wir die trendrichtung wieder weiter und die war ja vorrangig in diesem bild nach unten also dieser kampf findet jetzt gerade statt auf deutschem boden hätte ich jetzt fast gesagt das klingt nicht gut wenn man sowas formuliert aber gerade hier in deutschland mit dem dax wir sehen das hier nochmal was der future gerade macht also das ist durchaus in irgendeiner form geeignet noch für mehr abwärts trubel zu sorgen insbesondere wenn wir nur wackelig hoch kommen dass es dann eben nochmal nach unten geht aber selbst das wäre noch nicht zwangsweise das aus der bullen denn ihr wisst dann sind wir ja wieder nur a b c unterwegs und dann wäre das der nächste sinnvolle einstieg eben für die long seite nochmal im sinne starker anstieg wackelig runter das ist das was ich hier quasi gezeichnet habe und anschließend dann nochmal die fortsetzung also ihr seht so ungefähr wie das ganze muster aussieht wer sich jetzt wünscht denn doch mal die marke die weiß ich noch nicht ich weiß ja noch nicht ob das so stattfindet und wo dann die liegt aber damit sollten wir rechnen also rücksetzer einplanen sollten wir sowieso und dieser rücksetzer darf ohne weiteres und die marken die zeige ich euch gleich wieder deshalb machen wir es gleich groß hier also von diesem anstieg jetzt hier ein rücksetzer nach so einem starken anstieg der darf ohne weiteres und das ist nicht irgendwie was schlimmes bis in den bereich 38 20 bis 61 80 reinlaufen und das liegt ungefähr 12.800 sagen wir 20 bisschen höher darf es ja liegen als die marken und 12.600 sagen wir 50 ein bisschen tiefer ist auch noch in ordnung also bitte die marken nicht millimeter genau nehmen aber so ungefähr da in diesen in diesen bereich das wäre sehr typisch dass die korrektur wenn denn da jetzt eine kommt da reinläuft und das wäre eben nicht nachteilig denn das würde später vielleicht dann neue käufe noch mal triggern wenn wir dann über diese zwischenhochs gehen dafür ist aber eins wichtig wenn wir schon in diesen bereich reinlaufen dass wir dann aber nicht so laufen das ist nicht korrektiv dreiwellig haben wir gesagt korrektiv oder von mir aus auch sowas sowas finde ich ebenfalls gut haben wir ja hier auch so gehabt dass man sagen kann ja aber manchmal ist das nicht so richtig dreiwellig schon richtig aber es ist so überschneidend so viele kursüberlappung dass man durchaus sagen kann ja das ist doch eher nicht der haupttrend sondern das ist eher so eine gegentrend bewegung nicht wahr ja ganz genau also ihr seht schon worauf das hinausläuft ein bisschen runter fände ich nicht schlimm es deutet sich ja im moment an dass der kurs jetzt erstmal pause machen muss oder pause machen will also erlaubt die genannten marken ohne weiteres mal je korrektiver der kurs runter geht desto fröhlicher könnt ihr auf der bullischen seite sein nur wenn der kurs hier so aussehen sollte in die genannte zone rein fällt senkrecht also nicht senkrecht aber relativ steil und dann nur wackelig hoch kommt ja dann könnt ihr alles vergessen was ich gerade erklärt habe denn dann haben sich die bullen nicht mehr durchgesetzt sondern die bären mit ihrer starken abwärtsbewegung also ihr seht als händler muss man bereit sein auch zu wechseln die richtung die idee zu wechseln und nicht einfach zu sagen ich bleibe jetzt hier bei dem was ich mal gesagt habe das ist nicht clever also seid da durchaus bereit ein wenig fähnchen im wind zu sein wenn der markt sein verhalten entsprechend darstellt ja aber wie sieht es in amerika aus eigentlich unverändert ich das ist die alte zeichnung ich glaube noch von vor am wochenende die ich mit euch gemacht habe ich bin mir nicht ganz sicher aber vielleicht erinnert ihr euch das ist hier der dow jones und da seht ihr ja da haben wir das ja noch nicht da haben wir ja eher den abwärtstrend kanal schaut euch das mal an diese geschichte okay und wir waren relativ gut nach oben unterwegs da konnte man ja so ein bisschen naja aber okay haben wir gesagt auf jeden fall ist das die schwächere seite eigentlich ist das hier ein einstiegspunkt wir sind gerade an so einem einstiegspunkt wer es jetzt wissen will aber vorsichtig bevor ihr auf kaufen drückt will ich noch was dazu sagen aber das ist schubhoch abc das zwischenhoch bei 31.400 jetzt knapp was ist es mal gucken wir doch halbwegs genau 490 von mir aus also da ist der kurs der future kurs jetzt hier september kontrakt aktuell das eigentlich ein einstiegskurs den finde ich persönlich aber jetzt nicht so gut warum weil natürlich diese regel was ich vorhin gesagt habe hier ja grundsätzlich auch gilt das mindestziel vorsichtig das mindestziel liegt bei der hunderter marke das wäre jetzt so ungefähr bei 32.300 aber jetzt hier einsteigen und ab da wieder bibbern ob es dann wirklich weiter geht also weiter ist absolut möglich nicht dass ihr sagt naja 100 da muss er wieder drehen das ist quatsch also wenn es wirklich eine impulsive bewegung wenn wirklich der bullenmarkt es kommt natürlich läuft das dann weiter aber viele auch die bären werden hier genau hingucken und sagen wenn der kurs so runter siehst du siehst du ich habe so hier mal gesagt das taugt nix das ist wiederum nur so eine korrektur situation wie es gerade beim dax ja schon beschrieben hat und der kurs geht runter das heißt eigentlich haben wir burgfrieden hier bis ungefähr 32.300 bis dahin sollten normalerweise was ist schon normal aber normalerweise die bullen die oberhand behalten die bären eher still halten denn wie gesagt bis dahin ist auch das übergeordnete bärische bild völlig in ordnung nur da werden vielleicht einige sagen ja also ihr seht diese kampfzone die ich eben mal erwähnt hat die ist hier wieder relevant auch hier gilt natürlich für alle intraday freunde für nachmittag wenn der kurs ein bisschen so runter kommt ein bisschen wackelig hoch gibt es noch mal inzwischen short den man dann noch mal machen kann also seid da nicht so eingefahren im sinne von nee aber gesagt long kann also nur hoch gehen nee das geht zwischendurch intra bewegungsmäßig also innerhalb der bewegung locker auch mal in die gegenrichtung ist ja auch nicht schlimm das ist ja ganz normal also diese gegenbewegung in der aufwärtsbewegung kann das noch mal ganz kurz zeigen ihr seht das hier vorne schub hoch tendenziell wackelig schub hoch wackelig manchmal sieht man es nicht deutlich aber je mehr es dreiwellig läuft oder oder irgendwie überschneiden desto eher ist es nicht die haupt trendrichtung hier seht ihr dass es nach oben gegangen ist aber ihr seht auch dass wir hier viel kursüberschneidung haben spätestens da also im moment ist das nicht der burner der letzte gute move das meine ich jetzt nicht von der richtung aber der starke move bewegungs also gegenbewegungsarm wenn man so möchte ist schub nach unten das heißt wackelig hier nach oben und ich bin gerne noch mal mindestens zwischendurch short denkt immer dran gleiche längen gleiche längen und so weiter und wenn ihr wissen wollt wie groß wie hoch geht denn diese korrektur die da kommt dann messt ihr vom höchsten punkt in dem fall zum tiefsten punkt fibonacci und guckt euch ungefähr müsst das nicht immer zeichnen so wie ich das mache das mache ich ja mehr für euch jetzt hier aber so ungefähr 38,20 wenn es ein bisschen niedriger ist na gut 61,8 wenn es ein bisschen aber rechnet korrekturen gerne in diese zone das ist kein versprechen dass das passiert statistisch aber so relevant dass wenn ich sehe dass eine korrektur also dreiwellig oder wackelig da rein läuft dann habe ich ein gutes gefühl dass ich dann beim bruch dieser zwischentiefmarken oder wenn ich hier oben cluster finde für short das dann eben wahnsinnig gerne nutze also es sieht nicht so schlecht aus im markt allgemein wir haben eine realistische chance im amerikanischen insbesondere jetzt dass es noch weiter hoch geht für den moment würde ich aber sagen mal gucken geht es hier allerdings nicht wackelig hoch oder dreiwellig sondern geht es hier stark hoch und wieder nur wackelig runter sondern würde ich wieder kaufen stichwort für die profis unter euch möglicherweise ist das eine a b und c und eine flat bewegung das ganze ja das wäre ebenfalls denkbar und dann geht es hier eben steil hoch das heißt jetzt zu sagen hey leute ich sag euch jetzt schon was hier passiert es geht das weiß ich nicht aber wenn es steil geht sind wackelige abwärts bewegungen long einstiege wenn es a b c oder wackelig nach oben geht sind trigger auf der unterseite short einstiege das ist denke ich relativ leicht erkennbar hier auf dem chart gucken wir uns an wie es beim s&p aussieht grundsätzlich erst mal das gleiche die marken haben wir längst besprochen 4000 sollte man so im auge behalten vielleicht 4100 irgendwas könnt ihr selber mal so ein bisschen rum zeichnen wo diese ziele für diese bewegung kommen machen wir es mal einmal gemeinsam soll ja nicht heißen der borne ist immer so faul der macht da immer nix nee da machen wir natürlich nicht so dann wäre so die klassische eins zu eins zielmarke hier im tageschart beim future gesehen 4000 34 ungefähr 35 sowas in der richtung kann ein bisschen mehr kann ein bisschen weniger sein also von mir aus können wir dies ein klein bisschen niedriger machen dass es ein bisschen gemittelt ist bis dahin wäre es ja erstmal sowieso beides völlig normal ihr seht das dann wird entschieden ob das oder das kommt und auf dem weg dahin naja jetzt blindlings einfach noch mal zu kaufen wenn dann den rücksetzer abwarten kann es ja sein dass es hier wackelig jetzt ein bisschen runterkommt dann sind das ideen für die für käufe noch mal nicht einfach auf einen hohen punkt einfach einsteigen da bin ich kein großer freund davon mit erschrecken sehe ich auf die uhr deshalb machen wir es für den nasdaq relativ kurz da ist blöderweise das auf tagesbasis gesehene bild nicht so schön weil das hier nicht so dieses mit dem fallenden tiefs hier das wäre noch mal schick gewesen dann wäre das von der symmetrie auch toll aber was soll ich euch sagen im vier stunden chart nee im fünf minuten chart das ist eine aufwärtsbewegung die stark ist das sind schwache abwärtsbewegungen starke aufwärts gönnt ihm mal eine schwache abwärtsbewegung dann kann man ja wieder einsteigen also intraday würde ich jetzt mal sagen wer schick wenn wir in so einen rücksetzer kriegen wer schick ist nicht eine ankündigung dass es ganz sicher passiert aber es wäre ganz toll weil dann hätten wir wieder recht aufgeräumte verhältnisse dafür und dafür bin ich ja immer zu haben und dann kann man leichter und einfacher seine positionen da eröffnen so in diesem sinne hoffe ich dass euch das ein bisschen den blick wie wir das machen als berufshändler zumindest mal hier da drauf gucken das heißt nicht dass das immer die einzig wahre und richtige lösung ist das heißt aber dass wir eher von der richtung her richtig liegen und dementsprechend da schon mal die chancen auf unserer seite vergrößert haben in diesem sinne euch alles gute und liebe grüße so 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 so